...ein Event. Weil Dietmar fucking Schwartz mit Burzi Minecraft let's... Oh yeah man! Oh Burzi, mach es dir gemütlich in deinem Königsbett. Oder hast du etwa ein Prinzessinnenbett, in dem du dich ganz gemütlich flachlegst, ganz lange ins Bett. Lass die Huskys doch draußen, die können dich beschützen. Leg dich doch in dein Creeperbett und schlafen. Es war am 8. Mai, es war Muttertag. Wir dachten uns, wir machen einen Spaziergang. Ich hätt meine Huskys raus in die Welt. It is an open world. Das Wetter war schön, die Sonne schien so wundervoll auf meinen Kopf. Digitale Polygone und meine Hunde nah bei mir. Und dann kam der Zombie. Und dann kam der Zombie. Und dann... Und dann... Noch so'n Abend... Ich hab nen Hund gezähmt. So... Es regnet in Strömen und die Hühner rennen überall rum. Ich muss einen Hund zähmen und ich kümmer mich drum. Ich kümmer mich darum. Buzi, Buzi, siehst du die ganzen Herzen überm Kopf der Huskys. Das heißt genau, genau, genau. Du hast jetzt einen Hund zur Frau. Oh, guck ihn dir an. Der Ehrring um die Nase. Genau wie bei dir. Buzi, dein Piercing in der Nase. Die Nase gibt es mir. Wer gibt es dir? Sie, sie, sie folgt dir überall hin. Und du, du, du steckst dir einen Holzklotz über den Kopf, Arsch. Was hast du dir nur dabei gedacht? Oh, oh. Tierschänder, ich ruf gleich bei Peter an. Peter ist gar nicht zu Hause. Verdammt, 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 verdammt. Wir bauen uns ein kleines Lager mitten in den Boden der Erde. Am Muttertag legt dich schlafen. Buzi, es ist besser so. Buzi die, zu kleinere, zu haben sie gesagt. Pfle, schlafen. Money, ein paar Worte. W Versuch mit mir. Das ist besser so.